Hey Oma, willkommen zu einem neuen Video, Informationsvideo, sorry. Ich bin schon Samstag bei meiner Oma, das heißt es gibt auch eine Premiere das nächste Mal und zwar ein Mythos-Video, wenn ihr in der letzten, in einem Video, wo wir Rainbow Friends, da werden wir davon ein Mythos-Video machen. Keine Sorge, ist ein, ähm, Dings, ist ein, ist er noch ne Mal? No. Ach hier, ne, höh. Ja, das so. Ähm, ja, also wir werden dann, ähm, Dings machen. Ja, wir machen ein Mythos-Video. Alles gut. Äh, inklusive, ähm, ich werde, ähm, Samstag Livestream machen. Äh, und, ähm, Freitag kommt ein, wahrscheinlich ne Premiere raus, mit dem Mythos-Video. Ja, ich muss noch schauen, wie ich's machen muss und so alles. Aber das werde ich schon hinkriegen. So wie, ähm, ein Abo-Netten-Counter, also es gibt, ähm, Dings, bei manchem YouTuber steht irgendwo eine Ecke, so ein Abo-Counter. Ja, das werde ich, ähm, Dings holen. Keine Sorge, ich hab schon den YouTube-Link in die, ähm, Dings bei mir. Wir speichern in ein Privat-Chat. Von, von einem Bot, ein Privat-Chat, hab ich mir den Link da rein gespeichert. Also, alles gut. Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall Samstag Livestreaming betreiben. Ähm, sogar um 15 Uhr. Bisschen, obwohl, ne, was, ich muss mal, weil meine Oma kriegt ja die vierte Impfung wegen dem Urlaub bei der Herbstferien. Ähm, so wie auch noch, muss ich ihr helfen, Samstag mit einkaufen. Ja, ich schätze so 15 Uhr, 16 Uhr Uhr, ähm, startet es bis 21 Uhr höchstens. Vielleicht auch 21, 32. Also irgendwas mit 21 Uhr. Wird's auf jeden Fall, ähm, beenden. Und, ja, ähm, hab noch eine angenehme Nacht. Und, ähm, ja, und haut rein, Leute. Und, ciao.